Herzlich Willkommen hier auf dem Kanal von Man's Secrets, wo auch die Frauen staunen. Mein Name ist Romeo und heute gibt es das 7 Monats Update. Hallo Freunde, hier bin ich wieder, ich bin zurück. Und zwar, was gibt es Neues zu berichten? Nicht viel, es hat sich einiges getan. Und zwar in der Haardicke von Monat 6 auf Monat 7. Ich bin mega, mega, mega happy, mega glücklich. Und ich kann meine Haare mittlerweile auch schon stylen. Und freue mich, dass es wächst und alles wirklich gut wird. Ich merke hier zum Beispiel, dass da Locken kommen langsam. Und dass es eigentlich immer besser wird. Natürlich wird das alles noch viel, viel besser. Und was kann ich dazu sagen? Ich zeige mal nach vorne meinen Kopf. Natürlich bitte nicht keine Wunde erwarten, denn hier wurde ja nur 1500 Crafts verpflanzt. 2500, wie gesagt, hier in dieser Area, um die Haarlinie zu dekonstruieren, die ich nicht hatte. Viele Leute fragen mich oft, und bist du zufrieden? Dies, das jenes. Wenn man nun mal bedenkt, wie ich vorher ausgeschaut habe, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Vielleicht kann der Frankie mal hier und hier mal einblenden, das Vorher- und Nachher-Bild. Ich hatte hier alles ausgefranst. Da war an Haare kämmen oder Haaresteilen überhaupt nicht zu denken. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, wie der aktuelle Stand ist. Um das euch mal zu zeigen, mache ich mal das Licht an, ein sehr helles Licht. Vielleicht kann man das dann auch ein bisschen besser sehen. Ich gehe mal nach vorne, gehe ich mal hier an die Seite. Wie gesagt, das hier werde ich noch ein bisschen runterziehen lassen, dann wird es ungefähr so werden. Das mache ich bei der zweiten HT, dann werde ich es so machen ungefähr. Ein bisschen halt nur so. Und hier vielleicht auch ein ganz bisschen runterziehen. Aber das sind nur Feinheiten, das wird kein Problem sein. Und natürlich, wo gehe ich hin? Medical Exclusive Istanbul, meine Klinik. Warum gehe ich da hin? Weil ich sehr, sehr zufrieden bin mit der aktuellen Arbeit, mit dem ganzen gesamten Team, mit Gökhan Aslan, mit der Frau Dr. Aydin, die spitzenmäßige Arbeit gemacht hat. Ich bin ehrlich zufrieden. Heids sieht anders aus bei mir, mal ganz kurz ranzugehen. Leider noch nicht. Ich kann halt nochmal einen Monat bis zwei warten und mal sehen, wenn es nicht besser wird, dann schauen wir halt einmal ab. Und ja, mir hat alles so gut gefallen, dass ich natürlich immer wieder gerne zurückgehen möchte und auch will. So lange ich es mir leisten kann. Und wenn ich es mir leisten kann, dann gehe ich und wenn nicht, dann muss ich ein bisschen sparen. Angesichts dessen wollte ich euch nochmal sagen, auch wenn ich euch hier meinen Spender nochmal zeige, dass es falsch ist, was viele Leute denken, dass ich oder der Frankie von Medical Exclusive bezahlt werden. Das stimmt nicht. Wie gesagt, ich versuche jeden Monat ein bisschen Geld zu sparen, dass ich hier in der Türkei fliegen kann und dann, wie gesagt, mir meine zweite HT finanzieren kann. Ich würde auch ganz gerne meine Nase machen lassen, aber das wird, glaube ich, in nächster Zeit nicht passieren, denn ich muss dafür auch ziemlich viel sparen. Und ich habe auch zwei Kinder und die müssen natürlich auch versorgt werden. Wie gesagt, ich bin mega zufrieden, ich bin mega happy momentan, weil ich kann auch fortgehen, ich kann mit der Haare wieder stylen. Von Monat 6 auf Monat 7 ist eigentlich das meiste passiert in der Haardicke, würde ich sagen. Und wie gesagt, wenn man sich bedenkt, wie ich vorher ausgesehen habe, wie schlimm das bei mir war, dann kann man sich auch vorstellen, wie schlimm meine Depressionen waren. Natürlich war ich auch sehr, sehr ungeduldig, zufrieden, Heidsch sieht anders aus bei mir, mal ganz kurz ranzugehen. Und ganz großes Lob an Medical Exclusive für ihren Support, dafür, dass ich ab und zu genervt habe und die mir das, glaube ich, auch verziehen haben. Denn ich war auch sehr, sehr ungeduldig und auch beim Frankie würde ich mich bedanken für seine Hilfe, für seine Ratschläge, für einfach, dass er da ist für mich als Freund. Und ja, was soll ich dazu sagen, so einen netten Kerl wie Frankie findet man nicht an jeder Ecke. Und ich würde mich auch dafür bedanken, dass er echt so einen absolut geilen Kanal hat. Ich liebe den Kanal von Man Secrets, weil es nicht nur ein Kanal ist für Haartransplantationen, sondern es geht um die allgemeine Ästhetik. Ja, der Frankie macht hier nicht nur Haartransplantationen, sondern er erklärt ja auch andere Leute, wie zum Beispiel, die eine Nasen-OP haben oder hier an den Augen Schlupflider, Fettabsaugung. Und das finde ich echt super, ja, dass der Frankie so offen ist und macht mehrere Sachen. Ich meine, das macht auch alles medical exclusive und wie gesagt, wir sollten vielleicht mal nicht immer so schimpfen, sondern einfach mal gewissen Leuten Danke sagen. Vielleicht sollten wir eine Dankeschallenge ins Leben rufen, ja. Einfach mal Danke sagen, wenn jemand zum Beispiel bei Elite war oder bei, keine Ahnung, einer anderen Klinik. Den Leuten einfach mal Danke sagen, wenn sie zufrieden sind. Ich bin jedenfalls zufrieden mit Man Secrets, bin zufrieden mit meiner Klinik und möchte einfach mal den Hatern zeigen, dass es auch mal wichtig ist, Danke zu sagen. Und an den Hatern ganz Besonderes, dass egal wie sie ihr hatet, egal wie sie ihr schimpft, immer auf den Kanal von Man Secrets und schimpft wie mich, ich werde ein Frosch. Eieieiei, wenn ich nicht aufzuhören, wenn einer schreibt, ich bin ein Frosch und ich bin dies, ich bin das. Naja, macht weiter so. Denn dadurch, durch eure schlechten Kommentare und eure Beleidigungen und das, kommt Man Secrets noch weiter und noch höher. Egal was ihr machen werdet, ich werde Man Secrets supporten, ich werde einen Frankie supporten. Und das ist nichts, was ihr dagegen tun könnt. Vielleicht sollte man einfach mal weniger haten und den Leuten einfach mehr Danke sagen. Denn es gibt auch andere YouTube Kanäle, die über Haartransplantationen reden, die in der HT gemacht haben, die Empfehlungen aussprechen. Die auch super sind, die auch tolle Ergebnisse haben, die sehr gute Ergebnisse haben. Ich schaue mir nämlich eigentlich alle Videos an, weil ich immer sehr arg daran interessiert bin, den Fortschritt der Haare, wie es vorher aussieht, wie es nachher aussieht. Und ich finde, an meinem Ergebnis kann man nichts rütteln. Und bitte nicht unterschreiben, hast du Haarpuder drin? Nein, es gibt kein Haarpuder bei mir. Ich trage kein Haarpuder. Ja, wie gesagt, Freunde, das wird alles noch. Ich merke, dass da langsam Stoppeln kommen alles. Ja. Ich glaube, für sieben Monate ist es ein sehr gutes Ergebnis. Ja. Wie gesagt, irgendwann halt bei der zweiten HT lasse ich hier noch ein bisschen nachverdichten und hier ausbesanden. Also, wie gesagt, ausbesanden, das ist einfach nur ein bisschen nacharbeiten, hat der Frankie ja auch gemacht bei seiner zweiten HT und der Frankie hat wirklich ein absolut bombastisches Ergebnis. Aber um das beurteilen zu können, muss man neben dem Frankie stehen. Ja. Auf den Videos vielleicht sieht man es nicht so ganz, aber wenn man mit dem Frankie mal ausgeht, ihn kennenlernt, mal ein Bierchen trinkt und man auf die Haare schaut, ja, würde kein Mensch der Welt überhaupt auf den Gedanken kommen, dass er eine HT hatte. Ich war bei ihm, ich habe mir den Spender angeschaut und glaubt mir eins, ich habe ganz genau geschaut, ganz genau. Ich habe gesagt, Frankie, geh mal runter mit den Haaren. Er hat sich gekniet und ich habe wirklich auf den Kopf geschaut. Und man sieht nichts bei ihm. Bei ihm ist wirklich Bombe. Also, wie gesagt, von meiner persönlichen Meinung hat er die beste HT, die ich je gesehen habe. Das heißt, ich möchte jetzt niemanden schlecht machen, sondern von Person zu Person, Auge in Auge gesehen zu haben. Ja, wo ich weiß, er hat eine HT, man sieht bei ihm gar nichts. Das sehe ich für mich, wie gut Medical arbeitet. Ja, aber um das beurteilen zu können, muss man mit dem Frankie sich persönlich treffen, mal auf einen Kaffee oder mal ein Bierchen oder keine Ahnung und mal sehen, wie sieht sein Spender aus. Wie sieht es oben aus, wie dicht ist es und glaubt mir, Freunde, auch wenn der Frankie oft sagt, man kann durch ein Licht durchschauen und so, wenn man vor ihm ist, da schaut man nicht durch. Also, das ist auch ein Empfinden von Frankie vielleicht gegenüber, bei irgendeinem Licht und so, aber wenn man jetzt so ganz normal ist, kannst du beim Frankie auch nicht durchschauen. Also, das ist nur das Empfinden von Frankie, aber der hat eine sehr, sehr gute HT. Die Fliese stiegen sehr gut, also. Und nochmal, das ist jetzt mein 7-Monats-Update. Ich hoffe, es geht völlig soweit. Ich werde auf gar keine Kommentare mehr reagieren, wo Beleidigungen sind, wo ich beschimpft werde oder sonst irgendwas. Nochmal ganz kurz, ich teste ja für euch immer noch das hier, das H4B, das Serum. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass meine Haare dicker geworden sind und ich nehme ja auch die Supplements auch von H4B. Das gibt es übrigens beides, bei Medical Exclusive und jetzt auch exklusiv bei Amazon. Wird vertrieben von Frank McLean, also auch von Man Secrets. Ich werde es weiter für euch testen. Ich bin jetzt knapp über einen Monat dabei, kann jetzt noch kein Testurteil abgeben. Ich kann nur eines sagen, es refresht meinen Kopf. Ich hatte bis jetzt kein Shedding, keine Nebenwirkungen, kein gar nichts. Es ist eigentlich nur erfrischend. Und ja, ich werde nächstes Monat weiter darüber berichten und ich hoffe, dass das Update euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann bitte einen Daumen nach oben, macht die Glocke an und abonniert den Kanal. Wie gesagt, wir sehen uns dann im 8. Monat wieder. Und was wollte ich noch sagen? Was wollte ich noch sagen? Ja, wir sollten vielleicht doch mal diese Dankeschallenge ins Leben rufen. Einfach mal die Leute danken, für die ihr dankbar seid. Also ich bin ja wirklich sehr, sehr dankbar für den Kanal von Man Secrets. Sehr, sehr dankbar für die Information, die Frankie da immer gepostet hat, für die ganzen Recherchen und alles. Denn was die meisten nicht wissen, Frankie arbeitet sehr hart und sehr lange immer an den Videos, an den Schnitt, das Zusammenschneiden. Er ist oft manchmal die ganze Nacht und die meisten Leute finden das ja überhaupt nicht mit. Die sehen das Video und sagen, aber der Frankie arbeitet sehr hart immer dran und das sollte man auch so wertschätzen ein bisschen, ja. Dass man sagt, okay, der Mann bekommt kein Geld dafür, der arbeitet die ganze Nacht an Videos, für die Gemeinheit, Informationsaustausch, fliegt in die Türkei, versucht immer auf dem neuesten Stand zu sein, begleitet Personen in die Türkei, die er kaum kennt. Und ja, das sollte man einfach wertschätzen. Vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken, wie wichtig es ist, einfach eine gewisse Dankbarkeit zu haben gegenüber anderen Personen. Und die habe ich. In dem Sinne, peace out, bis zum nächsten Monat und man sieht sich. Peace.